Tschau! Ja, willkommen auf Mallorca. Ha, unfassbar. Es ist echt kaum zu glauben, heute Morgen saßen wir noch am McDonalds und jetzt sind wir auf Malle. Es ist einfach noch unfassbar. Was für eine Kombination und es ist kurz nach acht, das heißt das Spiel geht gleich los. Auf in den Megapark. Also es ist fast wie Stadion. Es ist einfach der Hammer, ey. Das ist noch besser als Stadion. 2-2. Ja, ich denke mal, das ist ein verdientes Ergebnis, obwohl Deutschland dann zum Ende hin mehr Chancen hatte und die besseren Chancen. Wie schön du das analysierst, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, ich bin halt nächster Oliver Kahn, ne. Die zweite Halbzeit ist für alle entschädigt. Unfassbar. Ja, ich hatte eigentlich gedacht nach dem ersten Tor, wir hätten sie im Sack, aber... Du hast ja wenigstens noch einen Schnitzel zu essen bekommen. Für dich war es ein toller Abend. Ja, und dann feiern wir ja noch ein bisschen im Rio Palace gleich. Ja, ich hab' Bis zum nächsten Mal.